Verkehrssicherung in Porta Westfalica, Baum fällen ohne Verstand und ohne Sinn. Ja, dass man diesen Baum hier vorne gefällt hat, das ist in der Tat ohne Verstand und ohne Sinn geschehen. Denn auch wenn dieser Baum krank war, ja was soll denn passieren, außer abbrechen, umfallen? Es ist doch genau dasselbe, als wenn ich den fälle. Zwischen Fällen und Umfallen ist doch wohl kein Unterschied. Und so liegt er jetzt hier. Seit sechs Monaten liegt er da und hat sich keinen Meter bewegt. Bäume können nicht fliegen. Also das war völlig überflüssig, diesen Baum hier zu fällen. Auch wenn der abgebrochen wäre, stellt er keine Gefahr dar. Und hier sieht man, was passiert, wenn so ein Baum abbricht. Hier ist nämlich eine Esche abgebrochen, vor ein paar Wochen. Die Krone, die hängt da jetzt über dem Geländer und die hat sich keinen Meter bewegt. Das Fällen dieser Bäume hier, 100 Meter weit entfernt von der Straße, war völlig überflüssig.